Wenn es nicht passt, dann passt es nicht. So das Fazit des BSW zu den gescheiterten Sondierungsgesprächen. Es gab keine Brücken bei der Frage Waffenlieferungen in die Ukraine und US-Raketenstationierung in Deutschland. Wir bedauern das sehr, dass das nicht zustande gekommen ist, weil ich denke, wir sind eigentlich in den Arbeitsgruppen sehr gut miteinander zurechtgekommen, auch zu den Themen. Aber im Endeffekt, wenn es nicht passt, dann passt es nicht. Ja, inhaltlich sei man tatsächlich weit gekommen. Darin sind sich die Brombeer-Sondierer ein letztes Mal einig. Doch dann, so vermuten die SPD und die CDU, gab es wohl gestern Abend einen Anruf aus Berlin. Es hätte aus meiner Sicht, wenn man die fachlichen Themen von Sachsen her sieht, gereicht und es wäre möglich geworden. Diese Entscheidung ist keine, die hier in Sachsen getroffen worden ist. Diese Entscheidung ist keine, die sächsischen Hintergrund hat, sondern hier hat jemand in Berlin entschieden. Das muss man einfach so deutlich sagen. Sie haben sie nicht verlassen, weil keine Einigung mehr möglich ist, sondern sie haben sie verlassen, weil sie wollten. Das war ein abgekatertes Spiel. Nun bereiten sich SPD und CDU auf eine Minderheitenregierung vor und das BSW auf seine Rolle in der Opposition. Vielen Dank.